Hallo! Ja kurzer Hinweis, only in German, because it's about a Swiss German video. Next one in English will follow. So when this week. Problem. Ja also kurzer Hinweis eigentlich nur. Das V-Log ist sozusagen heute mal auf Habis Gaming gelandet und Link in der Beschreibung unten. Es ging um das Vintage Computer Festival Europa in Zürich und alles weitere dort, weil sonst quatsch ich ja gleich viel wie drüben. Ach ja, Schweizerdeutsch. Aber vielleicht versteht man es ja. Tschüss!